Frühling. Gleich fängt's wieder an zu regnen. Sommer. Herbst. Und Winter. Ihr Garten ist ihr Leben. Und wird zum Zentrum für Menschen der englischen Vorstadt. Hi. Tom und Jerry, das ist super genial. Ich fühl mich beschissen. Du siehst doch beschissen aus. Auf der Suche nach Glück. Immer noch alleine? Ja, das bin ich. Und das gefällt mir auch so, weißt du. Du bist gar nicht. Ausgezeichnet in Cannes. Mike Lee's Another Year. Das Leben ist nicht immer nett zu einem. Nein, ist es nicht, Jerry. Die Augen von Disney werden immer nach Wie wird eigentlich die Geschichte dieses Spiels oder so?